Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, wir sind immer noch unterwegs, ganz klar, so muss es auch sein am späten Nachmittag, und zwar am ersten Tag auf der RDA in Köln. Wo sind wir? Natürlich ganz klar bei der Firma Heimann. An meiner Seite Herr Heimann. Herr Heimann, ich begrüße Sie recht herzlich in Köln. Hallo, schönen guten Tag. Herr Heimann, heute der erste Tag, es neigt sich gleich, und zwar, wie ist der Eindruck, ich frage mal ganz tagsweg, beide kennen uns schon ein paar Tage, der Eindruck, wie ist der Ansturm, ist er hier angekommen? Für uns war der erste Tag wirklich überwältigend, wir waren nicht mit dem Ansturm gewaffnet, man muss wirklich sagen, es waren sehr, sehr viele Besucher schon heute bei uns, und wir sind bis jetzt voll aufzufrieden. Man muss ja auch mal den Finger in die Wunde legen, wesentlich mehr als letztes Jahr, gell? Ich sage mal ja, für den ersten Tag ja. Der erste Eindruck war für mich auf der Messe schon so, dass ich sage, oh, die Aussteller sind es weniger, aber ich glaube, man täuscht sich von der Besuchung.